Hei Leute, hier kommt etwas ab! Es ist Töpflanzer! Hallo zusammen! Ihr seht an diesem heissen Stuhl an. Hier kommen ein paar heisse Songs. Diesen wundervaren Töpflanz gehört in meinem Brütsch. Hier habe ich auch noch. Das ist ein sogenanntes Radbike. Ein Radbike muss möglichst wüsste aussehen, damit es gut aussieht. Ihr glaubt gar nicht, wie teuer es ist, so wüsste auszusehen. Schau mich an! Ich mache jetzt hier das Hardrock-Medley. Ich wünsche euch ganz viel für genügend. Geniessen die Bilder. Und teilen, teilen und liken. Und danke für die Spenden. Hier live aus der Villa Hülico. Let's rock and roll! Hülico! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020